Musik 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 All die Kabel und Die blöde Kuh, der blöde Sack Die wollen zusammen Auf den Punkastrisch gehen, was ist ihr Kommentar? Edwinch Fällt Ihnen noch ein bisschen mehr ein vielleicht? Geserb Schwul Finden Sie es nicht also ein bisschen sehr gewagt? Ich meine, wie Sie jetzt Ich meine, jetzt so wie Sie aussehen Ich meine, jetzt gebaut sind die Haare und das Gesicht Ich meine, jetzt ist es so... Wissen Sie, was ich meine? Ja Finden Sie nicht gewagt? Nein! Gut Was würden Sie lieber zu mit verbundenen Augen Würmer essen, im Glauben es seien Spaghettis oder Spaghettis in der festen Überzeugung es seien Würmer? Nee, ich mach beides nicht Hahahaha Gut Können Sie sich Herrn Franz Josef Strauß als Schlagersänger vorstellen? Disco Warum nicht? Ja, wie stellen Sie sich das vor? Der Mann ist geil! Würden Sie Ihre Stimme abgeben für Miss Piggy als erste amerikanische Präsidentin? Nee Miss Piggy for President Nee Warum nicht? Nee, ich mach eine Rolle Den finden Sie besser als Miss Piggy? Yes Und es gibt jetzt hier in Harburg einen neuen Pupelkurs für Anfänger und Fortgeschrittene Machen Sie mit oder Sie unterrichten oder wie? Wie war die Schicht? Ich hab's im Bild gelesen Ich gufe nicht Wohin gehen Sie denn? Jetzt gehen Sie jetzt gleich wieder zurück an Ihren Posten da unter der Laterne oder wie? Mh mh Ich hab's im Bild 3 2 1 3 Ok 4 5 1 1 1